Was machst du eigentlich, wenn du schlechte Laune hast? Da schau ich mir die Videos der einen Kabarettistin an. Ah, Monika Gruber. Nein, die, die immer alles falsch ausspricht. Wer soll das sein? Die, die sich immer über die Grünen lustig macht. Ah, die Lisa Eckert. Nein, die, die gemeint hat, dass sich Putin um 360 Grad drehen soll. Da hat er sich ja dann im Kreis gedreht. Das ist ja das Lustige daran. Wen zum Teufel meinst du? Ja, die, die gemeint hat, dass sie für Fressefreiheit ist. Du kennst sie sicher, die spricht immer von Kobold oder macht sich immer über feministische Außenpolitik lustig. Du meinst Adalina Baerbock. Ja, genau so heißt sie Baerbock. Die macht sich immer über die Grünen lustig und nimmt alle Gutmenschen auf die Schaufel. Ah, geh, sei nicht so. Das ist doch lustig. Du bist ein Depp. Das ist die deutsche Außenministerin. Ah, geh, das gibt's nicht. Doch, die meint alles, was sie sagt, ernst und kann halt einfach nicht besser reden. Außenministerin? Du verarscht mich doch. Nein, die ist von den Grünen. Ja, genau. Ja. Und als nächstes behauptest du dann auch noch, dass Riccardo Lang auch keine Kabarettistin ist. Die ist auch bei den Grünen und sogar ihre Chef. Das ist ja dann gar nicht lustig. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Auf die Fressefreiheit. Na dann, auf die Fressefreiheit.